Der sonst so beschauliche und ruhige Hörnummer Hafen verwandelte sich in den letzten drei Tagen zur Partyzone, denn die Hörnummer feierten gemeinsam mit vielen Gästen das sommerliche Hafenfest. Beim maritimen Wochenende rund um den Hafen gab es Spaß und Spiel, Livemusik, Segelturns und einen Krabbenpoolwettbewerb und vieles mehr. Der Höhepunkt war am Samstagabend die große Hafenparty mit dem tollen Höhenfeuerwerk direkt an der Hafenmole. der Höhepunkt war am Samstagabend. Der Höhepunkt war am Samstagabend mit dem tollen Höhenfeuerwerk direkt an der Hafenmole. Der Höhepunkt war am Samstagabend mit dem tollen Höhenfeuerwerk direkt an der Hafenmole. Der Höhepunkt war am Samstagabend mit dem tollen Höhenfeuerwerk direkt an der Hafen pertof葉 halte sich unter den Hafen blöken. Untertitelung des ZDF, 2020